Der Wahnsinn geht los. Es ist unfassbar, ihr lieben Leute. Es ist unfassbar, was ich euch in diesem Video zu erzählen habe. Aber ihr werdet auch am Ende des Videos eine wundervolle, schöne, spirituelle Lösung für diesen Wahnsinn bekommen. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf Smarana. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Neriana Kardinal. Ich bin SEO der Smarana Gruppe, welche über unsere Partner in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten ist. Und ich kann sagen, wir sind eins der größten Online-Plattformen für spirituelle Weiterbildung von Webinaren zur Bewusstseinserweiterung. Und wenn dir mein Video gefällt, dann like es bitte und teile es und abonniere mich. Betätige die Glocke, denn über die Glocke wirst du informiert, sobald eine wichtige Durchsage ich als Video für euch habe, so wie heute. Ja und jetzt, ihr Lieben, kommen wir zu dem Teil, der gar nicht vorgesehen war für dieses Video. Ich wollte eigentlich ursprünglich alles hier auf YouTube euch erzählen, aber dann habe ich mir es anders überlegt. Wisst ihr, es ist mir sehr wichtig, dass ich alles sagen kann zu euch, was ich fühle, wie mir es geht und dass ich euch auch fragen kann, wie es euch geht, was ihr fühlt und dass wir uns wunderschön und auch ehrlich austauschen können. Das liegt mir sehr am Herzen. Und die spirituellen Menschen, sie begegnen sich ja sowieso oder sollten sich meistens auf Augenhöhe begegnen. Also so ist es jedenfalls mit mir, so mache ich das sehr gerne und ich weiß, dass ihr das auch alle so macht. Und das ist so ein ganz anderes Zusammensein, wenn man sich ehrlich die Dinge sagen kann, die man fühlt und sich dann auch noch dabei in die Augen blickt. Das ist so mein Lebensmotto, mit dem bin ich auch immer gut zurechtgekommen. Und ich habe also immer, wenn mich etwas belastet hat oder bedrückt hat oder wo ich fast durchgedreht bin, um zu dem Thema von dem heutigen Video dazu zu kommen, habe ich festgestellt, wenn ich das dann ehrlich nach außen sagen kann, dann geht mir es schon besser. Und dann konnten auch Dinge geschehen, wo dann dieses Problem gelöst wurde. Und darum geht es in diesem Video, dass man also tatsächlich dann mal sieht, um was es geht und was gemacht werden kann. Dieses Video, das Originalvideo bekommt ihr auf Telegram hundertprozentig zum Anschauen. Nur hier auf YouTube möchte ich das dieses Mal nicht posten. Ich möchte neue Wege gehen. Es geht mir einfach darum, dass unsere Lichtarbeiter, ihr alle, die ihr hier seid, unsere wundervolle Community, dass die wachsen kann. Und dass ihr auch von mir ehrliche Antworten erhaltet. Einfach wichtige Dinge, die alle wissen sollten und die uns ja auch gegenseitig unterstützen. Ein Lichtarbeiter ist ja dabei, seine Persönlichkeit auszudehnen, sein Bewusstsein zu erhöhen. Das ist das, diese Bewusstseinsarbeit. Und ich finde, da gehört auch Ehrlichkeit dazu. Und es gehört auch dazu, dass man die Dinge anspricht, die wichtig sind, angesprochen zu werden. Und von daher werde ich also solche Themen, bei denen es sehr, sehr wichtig ist, jetzt auf Telegram immer für euch posten. Und ich werde euch auch auf Telegram bestimmte Dinge noch verraten über Smarana. Denn wir haben einiges vor. Wir gehen sowieso nochmal ganz neue Wege. Und die erfahrt ihr dann alle auf Telegram. Also kommt bitte alle zu Telegram. Kommt auf meinen Kanal. Dort seht ihr dann auch unsere ganzen Smarana-Partner. Dort könnt ihr die alle kennenlernen. Und auf diesem Kanal, da fließt so viel wunderschöne Liebe und Licht. Und lasst euch einfach von diesem Licht beschenken, weil dieses Licht ist, das hat die Kraft von Smarana. Und Smarana bedeutet ja Gottes Nähe fühlen. Und genau darum geht es uns, dass wir also immer in der Nähe Gottes bleiben. Dass wir seine Nähe fühlen, seinen Schutz spüren und in seiner Liebe baden können. Darum geht es bei Smarana. Und andere Themen, die noch auch sehr wichtig sind zum Anschauen, die werden zukünftig auf Telegram zu finden sein. Es ist ein kunderbunder Kanal. Und ihr werdet sicher auch meine Beiträge dort finden. So freue ich mich sehr. Kommt alle auf Telegram. Wir sehen uns dort. Ihr bekommt ein Küsschen und eine Umarmung. Alles, alles Liebe. Bis gleich. Deine 2. αι B 1. 1. 3.